Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von FirstCastTV. Ich bin heute mit dem schwedischen Tour unterwegs, Team Galant, Team Chaos und Team Galant vereint. Wir angeln heute auf Zander. Edwin hat noch nie einen Zander in seinem Leben gefangen und das versuchen wir heute zu ändern. I just said you never caught a Zander in your life so we try to change it. That's not true. No. Aber wir haben hier sehr große Zander gefangen in den letzten Tagen und er möchte sein PB hochschrauben. Your personal best is 88. Wir probieren jetzt aber erstmal kleine Fische zu fangen, weil wir trainieren auch für die Zander Pro und wollen gucken, ob wir viele kleine fangen, um eventuell den Numbers Point zu kriegen. Aber unser Hauptziel 88 und wenn er das schafft, habe ich noch ein kleines Geschenk für ihn vorbereitet. Ich fange tatsächlich mal mit einer für mich Kleinfisch-Technik an und zwar Dropshot, weil wir gucken wollen ob die kleine Zander hier aktiv sind. Dafür fange ich mit unserem Raven an. Ich denke, der Vänner ist großartig. Ich beginne mit meinem eigenen Löhr hier. Flatnose Junior. Aber es ist sehr windig. Es ist sehr windig und sehr kalt. Du denkst nicht so? Ja, ich glaube das auch. Aber wir sind nicht hier, wir sind hier, wir sind hier für einen großen Zander. Das ist lustig, Tobi. Heute bist du lustig, Tobi. Ja, manchmal. Es ist, weil Edwin mit ihm ist. Er ist jetzt brav. So, erster Wurf, Dropshot. Gar nicht mein Ding, um ehrlich zu sein. Aber wir müssen gucken ob die Masse auch geht. Ich angel tatsächlich lieber groß auf Zander. Aber es ist ein Wettkampf, da muss man alles können. Deswegen müssen wir auch alles probieren. Und da fische in den Nederländern. Da skiljer es sich lite von den svenska. Fische. Hier kann man von den stora Gästen. Team Galant quatscht mehr als dass sie angeln. Mal gucken ob das sowas mit dem Großfisch wird. Edwin, catch you a big one, please. Ja. Ich habe nämlich was tolles mitgebracht auch. Zeig ich euch gleich mal. Die Schweden sagen ja mal Grieß zu großem Fischen. Das heißt, wenn ein Kollege Schnürschuh hier einen großen fängt, habe ich im Supermarkt einen Grieß gefunden. Das habe ich ihm mitgebracht. Das kriegt er dann, wenn er seinen PB gefangen hat. Schnell wegpacken. Darf er noch nicht sehen. Viereinhalb. Ja, das ist der gleiche, ne? So. Klar, kommt einem jetzt besonders klein vor, weil wir die ganzen Tage zuvor diese Köder gefischt haben. So. Oh nein, jetzt habe ich voll in Scheiße gelatscht. Toll. Da. Aber er soll ja bekanntlich Glück bringen. I'm stuck. Like a wall way. There are so many rocks in here. It's insane. Der Schwede hat schon wieder einen Hänger. Nice, Tobi. Doing good. Catching a lot of standards. Das Ziel ist es eigentlich, zu gucken, wie wir an die Uferspots, die wir uns vom Boot ausgesucht haben während des Trainings, erreichen können. Gries. Ah, er hat einen Strik. Die beste Spots sind immer vorne. Auf beiden Seiten. Er angelt halt das erste Mal hier. In einem Fluss wie diesem. Da kann man schon mal ein bisschen erklären, wie es funktioniert. Wir wollen ja, dass da ein Fisch fängt. Tell me another bad word for Tobi. Eh, you can say, eh. Idiotjavel. Again? Idiotjavel. Ha, 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 ha. Idiotjavel. He taught me well? Idiotjavel. What are you saying, Dusty? Idiotjavel. Idiotjavel. Ha, 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 ha. We have to peep this. Peep, peep. Have you felt anything? Yeah, I had one strike. Big one? No. I had to retie because I lost the lure, so I put on the Nase Venom again. But this time in the color Motor Oil. CO2. Or the color CO2. I think that one works pretty good because it's very murky water. Gries. Grieshänger. So, der erste Spot war nix. Schade. Ich dachte, wir kriegen hier fürs Turnier eine Erkenntnis, viele Fische zu fangen auf kleine Köder. Wir müssen, glaube ich, noch eine Stunde warten, bis dunkel ist. Und dann kommen die Großen. Dann können auch große Köder angeln. Genau, meine Angelei. Also, weiter geht's. Six o'clock was like, bam, boom, boom. Hey, be more motivated. Don't text when I'm talking to you, my friend. What are you doing? Dustin, why didn't you take my rod? Fucker. Hä? Ihr seht, es wird immer dunkler. Die gute Zeit geht jetzt los. Wir haben immer sehr gut rum, ja, so sechs Uhr gefangen. Ja, das würden wir jetzt gerne auch wieder machen, weil bis jetzt war nicht viel. Allerdings sind wir auch mehr rumgefahren, als dass wir geangelt haben. Irgendwie bin ich hier verheddert. Flo, du musst mich retten. Danke. Guck mal die beiden Schweden da. Die beiden Pollertrolls. Team Galant. Team Galant, Alter. Richtiger Jan Eggers. Tobi! Ja? Willst du den ersten auf dem Spot sein? Ja, schnell, schnell, schnell. Ja, schnell, schnell, schnell. Ja, schnell, 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 schnell. Wir müssen uns sagen, wenn du einen Zander über 70, dann habe ich ein present für dich. Är du interessiert, dass du einen presentierst? Ja. Oder Tobi, würdest du den einfach nur für den persönlichen Besten? Nein, über 70. Okay. Vielleicht hier. Tobi, was du machen? Big legs, small penis. Du brauchst Hilfe, Flo. So, wir sind am nächsten Spot angekommen. Jetzt gehe ich ein bisschen größer. Es ist die Zeit gekommen, wo die Größeren aktiv werden. 20 Zentimeter, nur Action Shirt vom Ufer. Gejickt, richtig geil. Hoffentlich bringt mir der den ersten Fisch. Jetzt wird es schmer. Jetzt möchte ich eine größere Fisch. Ich denke, das ist besser. So, ich versuche einen neuen Stinger. Fisch, Fisch, Fisch! Oh, Dustin! Fisch! Nein. Da ist er. Der erste Zander hatte einen Fehlbiss. Und danach gleich nochmal. Und guck, kein großer. Trotzdem hier den Split voll weggefaltet. Kein Stinger, nichts. 80er Split, also 20 Zentimeter. Und der erste schöne Zander. Der darf zurück. Sehr gut. Cool. Nice strike. Take care, I'm coming from behind. Press your ass together. Oh, I had one. Oh, no! I bet you're nice. I bet you're enough to get him. You have bite backed? Hmmmmmmmmmmmmhmmmmm. Maybe you are liar like Toby. count. I'm not... Ich gehe nach Tobi und schaue, wo er ist. Das kleine swedische Gris. Hatte du einen Biss oder nicht? Du bist nicht sicher. Big one? Wie big? 70cm vielleicht. Dein Mutter ist 70cm. Nein, das ist ein Foul. Da geht es. Es gab keine Zander hier. Ich hatte einen Biss. Dann habe ich einen Kasten. Dann habe ich einen Biss. Dann habe ich ihn in die Hälfte. Ich glaube, es gibt viele aktive Fische hier. Jetzt ist es kürzisch und die Fische sind aktive. Das ist gut. Oh, Alter. Stein umgekippt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Erst einen Fisch gefangen. Schon ein paar mehr Bisse gehabt. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe ihn jetzt! Ich habe ihn! Good Edwin! Good one Edwin! Ja, mein erstes Sander! In den Netherlands! Aber es ist nicht über 70cm, also es geht nicht für den present. Aber es ist ein Start! Es ist ein Start! Ich bin froh! Vielen Dank! Du hast einen, du hast einen, Dustin hat einen. Ja, gut Fisch! Ich bin froh! Das ist ein großer! Du hast einen, du hast einen! Du hast einen, du hast einen! Nein! Das war 80cm! Das ist ein gutes Zeichen für den Wettkampf, wenn man vom Ufer angeln will. Die Fische sind hier, auch große. Ist ja auch immer wichtig, dass man die Großen auch findet, und nicht nur die Kleinen. Na ja! Ist doch gar nicht so schlecht! Okay, dann let's meet in 45 Minuten. Das ist ca. 10. 10. 7. Okay? Sure! Okay! Bye! You go up, I go down! Check it there! Bye! Bye! So! Wir gehen in die Richtung, die Schweden gehen in die Richtung. Das heißt, wir haben uns komplett aufgeteilt, um möglichst viel Strecke zu machen und möglichst viele Spots zu angeln. In einer Stunde treffen wir uns wieder im Auto. Mir ist mir gerade eingefallen, ich habe diesen einen Köder, also ich habe noch weitere Köder, aber keine Bleiköpfe. Hoffentlich reiße ich nicht ab. Hier, an der Stelle übrigens, können wir vielleicht kurz noch mal einblenden, habe ich den hässlichsten Hecht gefangen, den ich je gefangen habe. Aber wir waren 1,20 Meter. Such ein schönes Fisch! Er hat viele Pflichtungen mit dem Einen und dem Leder, also wir können ihn zurück zum Wasser. Ja, ich glaube, wir sollten das machen. Aber ich glaube nicht, es ist schön. Ich glaube, es ist ein sehr kaltes Fisch. Ja! Boah, mit dem Auge ist schon krass, ne? Einfach kein Auge! Ich denke, es hat viel durchgeführt, dass man. Richtig alter Fisch, glaube ich. Oh, wunderschön! Prediction, fangen wir ein? Sehr gut! Oh, Biss! Hat er mir den Schwanz geklaut? Ja! Guckt euch das mal an! Gerade habe ich noch gesagt, ich habe nichts anderes dabei. Hm. Eine Farbe, die ich sehr mag. Haken uns noch scharf. Silikonkleber habe ich natürlich auch nicht dabei. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Der Köder ist neu. Da hält es. Ich bin irgendwie einsatzbereit. Und der, der mir den Schwanz geklaut hat, den hole ich mir jetzt weg. Okay. Relativ viele Fehlwisse heute, muss man sagen. Allerdings fische ich auch einen sehr großen Köder ohne Stinger. Hat natürlich auch daran liegen. Obwohl ich, wie gesagt, bei diesem Köder oft gar keinen Stinger brauche. Also, die beißen zwar, aber wirken jetzt nicht so geil wie die letzten Tage. Hm. Obwohl der Erste den ja gut weggesnackt hat, ne? Der hat den ja voll drin gehabt. Und da jetzt hinter. Der kann auch nicht fallen lassen. Da ist er. Natürlich auch nicht die Größten. Für die Sender Profiles jetzt nichts. Aber vom Ufer macht es natürlich Spaß. Und hier sieht man Venom. Der funktioniert einfach. Vom Ufer vertikal. Oder auch pelagisch. Geiler Köder. So. Und der Kleine darf zurück. Guck mal, der hat hier eine ganz schöne Macke mit. Komm. Na ja. Ciao. So. Na ja. Zwei Würfe, zwei Bisse. Ist schon nicht so schlecht hier. Ei, ei, ei. Die Schweden haben, glaube ich, auch einen Fisch gefangen. Das heißt, es läuft ganz gut bis jetzt. Wenn jetzt noch die Großen kommen. They are biting here. Maybe one doesn't is way over there. Not any big ones, but still. It's very fun. Tobe. 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 Tobe, are you here? Do you hear me? I'm talking some bullshit. I think this is the biggest one for today, but they will be bigger for sure. I'm going to put it back. Hejdå. Tobe. Tobe. Yes, I'm here now. Tobe. Yes, wait, wait, wait. What are you saying? Was it a big one? Yes, really big one. Really? Yes, 50 cm. I missed one who stole my tail. Yeah. But another bite, so it's quite okay, but actually not as much as we have from the boat. No, no, but Edwin caught one as well, so we have three now. Okay, see you in 20 minutes. Yes, bye. Hi. Er meinte ja richtig guter Fisch und ich habe ihm das natürlich erst geglaubt. Uh. Dann war es aber nur so ein Fuffi. Alles nichts, was uns bringt, was bringt in der Zander Pro. Wenn man ehrlich ist. Oh, Strike. Mann ey, warum kriege ich denn die nicht? Oh, weg. Schöner Biss, hast du gesehen? Man kriegt schon in jeder Boone hier noch Bisse, ne? Oh, guter Biss. Ja, ich angle hier sehr schnell die Boone aus. Immer das Gefühl, drei Wölfe oder vier, fünf vielleicht reichen, um einmal abzufächern und zu sehen, ob aktive Fische da sind. Eigentlich kommt immer bei den ersten Würfen ein Biss. Kann natürlich manchmal anders sein. Es gibt natürlich Stellen, die man kennt, wo immer mal wieder große Fische durchkommen. Da lohnt es sich auch mal länger zu bleiben. Aber normalerweise, wenn ich suche wie jetzt und an neuen Spots bin, drei Würfe weiter. Die Schweden laufen zurück. Wollen wir auch zurücklaufen? Gut, dann geht es jetzt zurück. Nicht hinfallen, nicht die Beine brechen, kurz vor Wettkampfbeginn. Hast du was, Dustin? Ja. Ich habe etwas verloren, und ich habe noch ein Biss. Ein Biss? Also zwei in total. Und du? Wir haben vier. In total? In total. Aber keine große Biss? Nein, nur kleine Biss. Ich hatte eine Biss, also nicht wirklich gut. Nein, nicht hier. Nicht für die große Bisschen. Nein. Für die Nummern ist es okay. Ja, aber es ist eine schwierige Entscheidung zu gehen. Dann dauert lange Zeit zu gehen auf den anderen Spots. Wir müssen einen richtigen Planen machen. Wir practice auch für eine Sandprobe. Ja. Ein bisschen Taktik. Aber wir gehen jetzt zum Boot? Ja. Ja, so. Lass uns zum Boot. Catch einen Gris. Ich hoffe, wir catchen einen großen Bisschen, mein Freund. Especially du. Ich möchte wirklich einen großen Bisschen. Ja. Ich auch. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Hör es. Ich mag es. Ich mache es. Ich mache es. Probier mich als du das. Ja. Und ich mache es. Ja. Aber ich mache es weiter. Und ich mache es. Also wir fahren hier gerade nur rum und markieren uns quasi Spots, wo wir vom Boot gefangen haben, die wir natürlich hier auf der Karte haben, auf Google Maps, dass wir die morgen besser vom Ufer finden, oder nicht morgen, sondern Wettkampftag, wo wir vom Ufer angeln müssen. Also kaum angeln, mehr Trainingsvorbereitungen, Wettkampfvorbereitungen, nicht Training. Das ist der Sport bei Tobi Cotter's personal best. Jetzt kommt ich hier. 9,7 Kilogramm. Die Schweden quatschen da hinten. Ich will mit einem richtig großen Köder wieder anfangen. 25 cm. Die meisten denken, zum Zanderangeln aber, funktioniert super. Das machen wir jetzt auch. Erster Wurf vom Boot heute. Es ist wirklich schwer, hier den Boden zu bekommen. Hier und so weiter. Ja. Es ist dieser Ort. Ja. Havikurren? Ja, Havikurren. Okay. Wir sagen ja die ganze Zeit Gris. Und für die Leute, die den Kanal von denen nicht so gucken. Gris ist eigentlich ein Schwein. Und das sagt man bei den so richtig großen Fischen. Große Barsche. Gris. Großer Hecht. Große Zander. Deswegen sagen wir die ganze Zeit. Er muss einen Gris fangen. Es ist, äh, how do you spell it? G-R-I-S, right? Ja. Gris. So, please catch one of these, Dustin. Ah, I leave it for Edwin. Oh, thank you. Because I think you don't have the chance that often to fish here. So I hope you get it. This is a really good spot. We caught also 89 here. The weather is perfect, it is warm. There is like no rain, not much wind. And everything feels perfect. It is also perfect moonlight. The only thing that is not perfect is the fishing. No, I lost it. Good strike? Yeah, it was a really good strike. Was it heavy? Yeah. You heard the break? Yeah. And it is hard. Really hard break. For me it is a heartbreak. Yeah, heartbreak, yeah. I think that one I had on the hook was maybe 80 plus. It was really heavy. And yeah. But I am used to big sanders, you know. So, I can tell you man. I want to catch the big one here. Because they are strong. They are strong. I mean strong, strong. Strong, strong. Yeah, that's cool. The current, I think that is different. And we will see. Hopefully we will see. Hopefully we will catch one. In the net. David! Enrico! Jürgen Larsson. Ready? Fight Builder. Every night the same. Dustin is screaming random names into the dark. If you see a light at the shore, he thinks there is some angler there. he wants to see who it is. So, he just screams all the different names he knows. No, if it is competitors. Behind us is fish. No, he has a really big one, I think. A decent one at least. Yes, this is the decent one. Super hard strike, super hard take. Is it heavy? Yeah, super. Is it PG? Maybe. Maybe it is PG. Oh no, but it is good. Come on! Have it! Yeah! Woohoo! Yeah, it is a grease. It is the third one. Yes. Way! That strike was super hard. I have no words now. I am addicted to this fishing. Crazy. It has inhaled everything. Except Lar. Except Lar. He has inhaled the net. This was really funny. So funny. Wunderschöner Fisch, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das schon ein Grieß ist. Ob wir den schon belohnen sollten mit dem Geschenk. Aber ich glaube, wir machen das. Ja, ich habe es angekündigt. Edwin, I told you, if you catch a Grieß and that was a Grieß, I have a present for you. Wow! Music, music, music. Exciting. Exciting. Now he thinks it is a huge present. It is gone. I did not bring it. No. It is a real Grieß. It is for you, my friend. What is it? It is Grieß. You can put it on the barbecue and then... It is a Grieß, but it is a real Grieß. Who is the apple inside? Wait, and now because you caught a nice fish, you have to bite off its ear. What is it? You have eaten pig ears in another video. I have eaten pig ears in another video and that was not good. Bite in here. Bite in here. Bite in. Ah, yes. I will do it too. You got some plastic as well. That was a good Grieß actually. A Grieß. What more do you want? A marshypan Grieß. I thought it was a real Grieß actually. It looks very realistic, that Grieß. Yeah. It looks good. Can you see the fish? No. No. Fuck, it is a 90. No, it is... But almost. Cells. Put it in here. That's in here. You're the best. Good fish. Well done. Is it at 80? Yes, it's at 80. Okay. Team Chaos is back again. But that's what we do best. Then we catch fish when it's chaos. Team Chaos. Or maybe it's chaos because we're catching fish. Okay. Oh. Oh. Also das war eine krasse Story. Man sieht ja nicht wo die hingehen. Und die haben sauvier Kraft hier in der Strömung. Und dann war der im E-Motor verẹ кру plug. Und da war der im e-Motor verfangeny, ich musste den im e-Motor ausmachen, dass die egoisch nicht da drin verfängt. Und ich konnte den am E-Motorbiss hochdrillen, habe dann den Schwanz gesehen, habe den Schwanz gegriffen und habe den so rausgekriegt. Puh, jetzt lassen wir den kurz im Kescher gerade, dass der sich wieder erholt und dann zeige ich euch den. Ich habe das Measureboard schon nass gemacht. Was ist dein Geist, Tobi? 80, genau. Exactly 80? Ja, dein? Ich denke, wenn ich es in meinen Händen habe, sage ich 82. 81. Well done. Es ist wie Fisch, Fisch in the darkness, catching diese Monster, es ist total. Crazy. Wir hatten eine gute Nacht. Ja. Should we put it back and fish for another? Half an hour? Half an hour. Very beautiful fish, ich put it back real quick. Der wollte schon weg. 81er auf dem Split geworfen. Absolut unterschätzt. Geil. Ja, mega Fisch, ey. Ja, mega Fisch, ey. 81cm. Kein Riesenmonster, aber ich bin mega happy. So ein brutaler Endschlag, jetzt hatte Tobi auch noch ein Biss. Es geht los hier. Es ist sicherlich mehr Fisch. Ja, hier ist es. Should we go to the next one? Oh, fuck! Fuck, again! Du hast gesagt, fuck, bevor du hast es verloren. Ich habe zwei Fisch in eine Kaste. Aber es ist ein größer Sander. Du musst wirklich die Hüks in order to hook sie proper. Und auch wenn du eine gute Hüksset hast, du kannst nicht sogar die. Es ist schwer. Aber wir sehen, es gibt viele Fisch hier. Wir müssen weiter kämpfen. Es ist sehr frustrierend, wenn du ein guter Bisschen und nichts ist. Ja. Ja. Ich möchte die Hükssetze ein bisschen. Ich möchte noch ein bisschen fisch. Fisch! Ja, ich bin ein bisschen. Ist es gut? Ja, es ist gut. Es ist sehr gut. Fisch! 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 Gut, gut! Gut! 25 cm Lure. Just gone! Und es ist noch 80 cm. Meine Freunde! Was ein wunderschöner Fisch! Fisch! Willst du mir bitte den Bisschen? Ich habe ihn. Es ist nicht fett, aber es ist lang. Ein wunderschöner Fisch hier. Guckt euch den an. Das ist der perfekte Abschluss für unsere Folge. Liken, kommentieren, abonnieren. Ich hoffe, euch hat die Folge mit den Schweden gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Auf Wiedersehen! Bye, bye! Hej du auch!